In der rechten Ecke des Nernkurbelsteckes in der Stadt Giel Die Palastiere wurde in der 65だけ von Arquitect Fische von Erlaufen Auf der rechten Räufigen holes Sie die Sehnschülle Sehnschülle Die Runde ist ein ganzes Wettbewerb. Hier ist die Wagenkuhl, wo man reingegreift und die ganzen Rutschilder, das war von der Kreise in den Iserbecken. Das ist süß, das ist süß, das ist süß. So, aber das Sissimuseum ist es nicht. Das Sissimuseum ist in der Stadt, in der Hofburg. Da gibt es noch das Wagenmuseum. Unsere nächste Station ist das Hitzinger Tor. Auf der rechten Seite sehen Sie die Wagenburg, in der neben 100 anderen Pferdewagen auch die Krönungskutsche Kaiser Napoleons ausgestellt ist. Our next stop is the Hitzinger Tor. On the right you can see the Wagenburg, or Carriage House, in which Emperor Napoleon's Coronation Carriage is on display, along with the 100 other horse-strong carriages. La nostra prossima stazione è l'Hitzinger Tor. Sulla destra potete vedere il Wagenburg, il Palazzo delle Carotte, le due insieme ad altre cetrocarotte, è esposta la vettura imperiale di Napoleone. www.madehausstuckels.org Badenhausstöckl Die bäste für die über 1.000 Paläste waren hier Die construktion auf der righte ist der sogenannte Badenhausstöckl Hier waren die Bäste, die mehr als 1.000 Mitarbeiter in der Kastell Der bäste Gebäste mit zwei Gold Kräste, die jetzt auf der Seite kommt, war der Empferer Franz Josef's private Railroad Station Das weiße Gebäude mit den zwei goldenen Kronen, das nun auf der rechten Seite zu erkennen ist, war die private Bahnstation von Kaiser Franz Josef. Sie wurde vom bekannten Wiener Jugendstilarchitekten Otto Wagner errichtet. Der Kaiser hat die Station allerdings nur ein einziges Mal benutzt. bei den Eröffnungsfeierlichkeiten. L'edificio bianco, con le due colonne dorate, che si può servare ora sulla destra, tira la stazione ferroviaria, riservata all'imperatore Francesco Giuseppe. Diese fu construita in stile Liberty, dal noto architetto chienese Otto Wagner. Tuttavia, l'imperatore utilizzò soltanto una volta la stazione, nel corso della cerimonia di attertura. Il treno adesso passa attraverso il Engels Tor, la Porta dell'Angelo, dentro al barco del Castello di Schönbrun. Il barco si estende per circa 170 hectari quanto l'intero Principato di Monaco. Il barco si estende per circa 170 hectare gross, che apprezzano quasi la Größe del Vierstentum Monaco. Il barco si estende per circa 170 hectari o 420 hectari. Il barco si estende per circa la principale di Monaco. Il barco si estende per circa 160 hectare civili ground turtle:" Hier befindet sich der Park Hotel Schürrung, der in dem Zeitpunkt die Forestier der Imperator. Ich schaue ein bisschen nicht, gell? Nein, ich habe es nicht so fasziniert, dass er nicht aufs Beurin macht. Ich gehe wirklich an ihm. Ich gehe immer in den Autos, da gibt es einen eigenen Weg. Das ist der eine Reise. Wir durchqueren zu wegen den französischen Teil der Parkanlage. Links sehen Sie bereits das Palmenhaus. Es wurde vor mehr als 120 Jahren nach Plänen des Rufarchitekten Franz Xaver Sengenschmitt errichtet. Die gewagte Konstruktion aus Eisen und Glas ist in drei verschiedene Klimazonen unterteilt. Der Mittelpavillon ist 25 Meter hoch. Jetzt gehen wir durch die französische Teil des Rufarchitekten. Sie können bereits das Palmenhaus auf der Seite sehen. Es wurde seit 120 Jahren gebaut, according zu den Plänen von der Imperator Architekt Franz Xaver Sengenschmitt. Die revoluzionäre Glas- und Iron-Struktur ist in drei verschiedene Klimazone. Der Zentralpavillon ist 25 Meter, oder 82 feet, high. Das war die Flanze. Sehne Mal der Schuhe ist das für ein Zaunschritt. Sie können jetzt nach vorne sehen. Ein paar Flanzen in die Flanze. Sie sehen haben wir in der Nähe von der Palmenhaus. Hier ist der Tiergarten. Oben ist es ganz schön wie auf der Klarete. Genau, da wollten wir auch. Da haben wir einen total schönen Blick über Wind. Das nennt man, Also hat man es größte den im Vielen Dank.